Eine kleine überschauliche Anleitung, wie man einfache Leute legal ausrauben kann und das nur über den Briefkasten. Schritt 1. Bilde ein neues Unternehmen und nenne dich Inkasso. Einfacher geht es, wenn du dich mit einem sogenannten Anwalt zusammentust. Du wirst da keine Probleme haben, einen zu finden, der da mitmacht. Schritt 2. Kauf oder klau dir Schulden. Daten von einfachen Bürgern, die ihre Rechnung nicht zahlen können. Ist egal, ob das stimmt oder nicht. Interessiert keinen. Schritt 3. Schreib eine Fantasierechnung. Sei kreativ. Genau da liegt deine extreme Gewinnspanne. Glaubst du nicht? Ein Beispiel. Die angeblichen Schulden betragen weniger als 30 Euro, wäre eigentlich den Aufwand nicht wert. Und jeder Richter müsste so einen Blödsinn kategorisch ablehnen. Doch nutze einfach folgenden Trick. Schreibe eine Rechnung in ganz kleiner Schrift. Erfinde hier alle möglichen Kosten. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Von wem auch. Und blähe diese Rechnung auf Hunderte oder am besten auf Tausende Euro auf. Schritt 4. Beantrage ein Mahnverfahren bei Gericht. Keine Angst. Wenn du ein Inkasso bist, prüfen die das überhaupt nicht und drücken das Ganze schnell durch. Du musst auch keine Angst haben, ein sogenanntes Gericht zu belügen. Das interessiert keinen und hat noch nie irgendwelche Konsequenzen gefordert. Aber wichtig. Du musst dich Inkasso nennen. Erst dann ist das alles überhaupt möglich. Stell es dir vor wie eine Gilde oder was früher Mafia genannt wurde. Nur größer. Und wir kümmern uns auch um unsere Leute. Erst neulich kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Doch es gab kein Urteil. Wie haben wir das geschafft? Ganz einfach. Wir haben dem Richter eine Million Euro in den Hals gestopft. Und schon hat er die Schnauze gehalten und uns laufen lassen. Woher das Geld stammt und warum wir überhaupt so viel zahlen, obwohl wir ja unschuldig sind, hat ihn dann auch nicht mehr interessiert. Geld frisst eben Hirn. Funktioniert immer. Schritt 5. Erwirke einen sogenannten Titel. Die meisten einfachen Leute sind in der Regel völlig überfordert von solchen Forderungen und reagieren oft nicht einmal, weil sie nicht glauben können, dass sowas rechtens sein kann, warten auf einen Gerichtstermin, aber nein. Das Ganze läuft ausschließlich nur über den Briefkasten. Und genau das ist deine Chance. Du erwirkst aufgrund von Lug und Betrug einen Titel und schon hast du sie am Sack. Und das für 30 lange Jahre. Lebenslänglich sind rechnerisch nur 25 Jahre. Wie genial ist das denn bitte? Wie blöde hat sich die Mafia früher denn bitte angestellt? Schritt 6. Genieße deinen Erfolg und das leicht verdiente Geld, während die ahnungslosen Opfer mit den Konsequenzen kämpfen. Willkommen in der skrupellosen Welt des modernen Pseudorechtsstaat.